Und zurück in der Instanz, hallo, mit dabei sind Soragor, Frecky, DidiHautich und Avantandal. Mahlzeit. Servus. Der hat einen scheiß Namen. Einfach zu schwierig. Avantandal. Held der eisigen Weiten. Ich habe kein Ziel. Er hätte ja auch einen normalen Namen nehmen können, Hans-Georg oder so. Hätte dann ihn. Ich will nicht plündern. Adolf. Aber der ist aus der Mode. Leider. Ist das eigentlich noch ein offizieller Name? Ja, das findet selten. Es gibt ja diverse Namen, die gesetzlich verboten sind. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Land das war. Ich glaube, China oder so. Da durftest du deine Kinder nicht nach irgendwelchen Marken benennen. Adidas zum Beispiel. Obwohl... Adidas, Nike, solche Sachen. Also der macht irgendwann mal so eine Magnawelle. Da muss man sich hinter diesen Kristallen verstecken, die aus der Erde kommen vorher. Wenn die hochkommen, die Kristalle, muss man aber erstmal raus aus dieser Void. Sonst kriegt man Schaden. Ich werde diese Welt zerschlagen, bevor ich euch einen Hammer überlasse. Ich bin der Architekt und baue meine... Naja, und die Ad's machen. Will ich fixiert dann nicht. Ach ja, da darf man auch nicht drin stehen. Wo rennt der denn mit dem überall rum? Weiß ich hier immer nicht so richtig, ob das... Der zieht den in die EGR. Der den nicht zieht oder irgendwie. Oh, jetzt sind da die Kristalle. Ich bin der Architekt und Baumeister dieser Welt. Sorakur erschüttert der Schuss ab und zu drauf, weil dann ist er langsamer. Also Schaden passt dir die. Richtig gerne. Jetzt kommt noch mal eine Magnawelle. Genau, jetzt noch mal dahinter. Ich bin der Auserwählte. Was hat die die gekonnt? Äh, Hals. Was hab ich gekriegt? Hopp, wir sind jetzt. Mein Kopf. Es ist vollbracht, Helden. Jetzt hat Darko totes. Lass uns noch mal kurz rein und raus. Okay, ich bleib kurz in der Instanz drin, bis der Nächste drin ist. Genau, ich geh mal kurz raus. Mal schauen, wo man da zurückkommt. Mal nach der Kiste gucken. Jo. Sagst du, wenn du wieder drin bist? Ja. So, ich bin jetzt wieder drin. Okay, ich geh raus. Also jetzt aus dem Dungeon teleportieren, nicht die Gruppe verlassen, ne? Ja. So, und wieder aus dem Dungeon in den Dungeon. Aus dem Dschungel in den Dschungel. So, ich bin da. Aber da ist Frecky. Können wir mal... Warten wir noch auf die anderen zwei. Moment, ich wollte hier raus. Geh mal in die Richtung und schauen, ob sie da vorne ist. Aber wir sind ja auf halbem Wege. Oh, toll. Geistreich. Hä? Was ist los? Ja, ja. Ach, okay. Ich hab erstmal angegriffen. Ja, ist egal. Wir können da raus, weil... Oder bei wem sie vorne nicht ist, der kommt ja hier nicht wieder hoch. Wie hoch? Wir sind doch... Ja. Wir sind hinterm Wurm. Wir sind hinterm Wurm, aber hier vorne sind wir ja nochmal runtergekommen. Und manchmal ist... Nach dem zweiten Boss. Okay. Und hier kommen wir ja nicht mehr hoch. Warum denn nicht? Achso, wegen dem Fass. Genau. Das ist, wo wir mit dem Fass runtergekommen sind. Naja, egal. Na, schau mal kurz beim Wurm. Oder hatten wir da schon geguckt und nichts gefunden? Da ist sie nicht. Da hab ich sie nicht gesehen vorhin. Weil da hab ich gesehen, wie er gefragt hat. Aber da ist sie nicht. Also können wir jetzt raus. Runde, ja. Oder wartet mal. Noch mal ganz kurz. Na, ich dachte halt, weil er gefragt hat, wie man zu der Kiste kommt, dass er sie gesehen hatte. Ja, wir gehen nochmal vor. Weil manchmal ist die direkt unter... Wo der Loot von dem Wurm war, da ist die manchmal direkt drunter. Aber da hab ich sie jetzt nicht gesehen. Aber wir können ja mal gucken. Wo? Schön am Rand lang gehen. Hier gibt's bestimmt auch irgend so einen komischen Erfolg, wenn man irgendwas mit diesen blöden Schnecken macht. Die sind nicht umsonst hier. Ach ja, da hinten kann sie noch. Ja. Hier hinten runter kann sie auch noch sein. Hier geradeaus. Im Wasser oder was? Drin. Ich seh hier auf jeden Fall einen Stern. Ja, den. Mal gucken. Komm mal mal hin. So, wir könnten ja diskutieren. Dann, ich hol mal mein Tankpad. Ja. Hast du auch ein Tankpad, Soragor? Aktuell nicht. Okay, weil dann würde ich sagen, schmeißt du bei deinem Knurren an. Sobald deiner tot ist, schicke ich meinen Bär nach vorne. Ja. Dass du deinen wiederbeleben kannst. Und so sollten wir das eigentlich hinkriegen. Müssen wir da erst die Hinner rausdrüllen. Ja, genau. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Das sind nur in der Zähne. Ach was, echt? Du müsstest nur mein Bärchen dann heilen. Seh ich halt nicht. So müsste ich mir jetzt erst einstellen. Ach so. Okay. Bär tot. Bär wieder da. Warte, ich kann mal... Fokus-Ziel setzen. So, ne, es geht schon weiter. Huch, falscher Knopf. Hä, wieso habe ich jetzt von beiden Akku totstellen? Ich habe mich doch totgestellt. Die können mich doch gar nicht angreifen. Wer hat denn den Boss mit gepullt? Ja, aber das sieht auch so aus, als ob... Ich denke, das können wir lüten. Oh ja, ich muss jetzt eh warten. Gut, dann können wir quasi raus-teleproppen, wa? Ja. 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 Und flops. Nach hinten keine Wörter-Werste auch. Was sagst du? Mal gucken, ob ich jetzt wieder angegriffen werde. Nö. Oh, was zum Kirschnern? Mist, das hat er schon gekürscht hat. Warte mal, Frecky fehlt noch? Ja. Ach nee, da ist er doch. Ja. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Quest. Und in der nächsten Folge melden wir uns dann nochmal für eine Instanz an, oder? So. Ah, ihr seid schon beim anderen Haustier? Ja. Ja, ich bin gerade dabei, das auch zu sehen. Ach so, nee, du meinst die anderen zwei, wir sind ja hier. Ja. So, na, eilen wir mal rüber. Machen hier gleich mal den... Ach, verregnen. Ach, kann das schon besser abgeben. Ja, aber ich muss noch drei von diesen Typen da töten. Ah, ich auch noch. Oh, da hinten liegt noch Loot. Einen brauche ich noch. Oh, Sorago fehlt noch der Dunkelstein-Fokus. Ich brauche auch noch einen, und ja. Ja, gefällt mir auch noch. Ah, den Teufelsblut durch unsere Radung fließt, kann uns selbst euer kostbares Atefakt nicht anhaben. Äh, ja. Und ein von diesen Typen kann der da drin sein. Das ist random, ja. Ich habe kein Ziel. Aber jetzt können wir schauen, ob ihr hier drüben noch looten könnt. Wir hatten den ja hier drüben drin. Hä, wieso bin ich jetzt bewegungsunfähig? Was war das denn? Ja, die Reiche ist aber schon weg. Nee, da liegt noch was. Und einer von denen hier war das, glaube ich. Hat er noch looten hier? Schaut mal. Ja, habe ihn. Ist nur drin von Sorago. Komm schon. Oh, jetzt. Können wir wieder abgeben. Oh, Sachen zum Kirschnern. Weg da. Ja, immerhin. Ich bin schon auf 517 mit dem Kirschnern. Ja, das ist ordentlich. Bin ich noch lange nicht. Jetzt brauche ich da nur noch Sachen, um meine Lederverarbeitung hochzupuschen. Oder kriege ich da dann Legionsrezepte? Ja, schon bin ich 664. Musst halt questen, aber auch 700 ist eigentlich das Beste über Trenor oder die Garnison. So, wo eilen wir denn hin? Ah, hinter mir hinterher. Da rennt ein Sternchen rum. Ja, stimmt, das Urhorn. Können wir eigentlich auch legen. Von, wir prüren es mal dazu, aber halt schon. Ich sehe es nicht. Ja, ist es. Dein Mond. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Was wird helfen? Hä, was wird helfen? Wer spricht denn da eigentlich die ganze Zeit? Von Sorakor, der, der, der Begleiter oder hier der Anhänger. Ach so, die verlabern. Na dann. Ah ja. Oh, warte mal. Jetzt müsste ich ja dann auch Begleiter bekommen, ne? Ja, die klickst du, wenn du die Mission machst. Genau. Ja, ich konnte ja bis jetzt noch keine Mission machen. Wollte ja eigentlich auch mal gehen. Ach so, aber wir waren ja nicht in der Instanz. Ah, na lass mich doch mal looten. Da vorne gibt es dann noch mal ein Bonus-Ziel. Oh. Habt ihr noch Stress? Nee. Jetzt. Nee, doch nicht. Kann ja nicht looten, weil... Der blöde Quest-Mod-Städchen Weg steht. Gibt's da nicht. Jetzt hau ab. Endlich. Mann. Doch nicht. Das hasse ich ja wie die Pest. Müssen wir da hoch? Ja, ich glaube ja. Irgendwie sowas in Erinnerung. Ja. Oh, da ist Mellok. Den können wir auf jeden Fall umlegen. Wir müssen dann, glaube ich, auch die andere Seite. Kommt ihr auch hoch? Ich bin gerade unten. Oh, das nervt mich jetzt hier. Ich kriege mich immer beim Looten in den Weg. Oh, geh halt jetzt weg. Wo ist denn der? Ach, da hinten ist er. Hau mich jetzt weg. Och, nö, nicht schon bitte. Wir machen schon mal frei hier für den Elite. Wir machen schon mal frei hier für den Elite. Ach, nö, jetzt hat's den Elite mitgepullt. Oh. Ah, gut. Und dann halt nochmal. Der da. Die kommen ja recht zügig. Da liegt's wieder flach. Okay, halt jetzt weg. Oh, mein Inventar ist voll. Ähm, was ist das? Ach, hat Fakt gemacht. Mal. Ich habe ganz alles in meinem Heim. Ja, nein, das liegt auch unübersichtlicher. Baut schmeißen. So, was haben wir denn da? Äh, 46er weg. Da hoch oder zu den anderen hoch? Wo wir sind, da geht's weiter. Also, ich hätte einmal zu vergeben 6,82er Schmuck mit Beweglichkeit und Meisterschaft. Falls das jemand was. Ja, ich habe Beweglichkeit und Tempo bei mir drin. Wie schaut's beim Herrn Sorago oder Didi aus? Oh, ist gebraucht, könnt ihr das gebrauchen, weil ich sonst... Moment. Und, wie seid ich gehört? Was seid ihr denn? Und welches Itemlevel hast du? Äh, 685 und 695. Okay, nee, dann nicht. Habe ich auch. Okay. Hier zu uns müsst ihr kommen, ne? Kann ich die entzaubern. Och, nicht schon wieder. Nochmal Ohrhorn. Ja. Was macht ihr denn da hinten so lange? Weiß nicht. Bei mir kommen wir nicht raus. Ja, warum? Ist die Frage. Ach, nicht Outfight? Wir sind kurz vor der Höhle. Ach, shit. Jetzt habe ich den Elite wieder am Hals hier. Aber ich komme runter. Lege ich nicht nochmal. Boah, blödes Vieh. Wer hätte ich denn nur? Hier ist nochmal ein Elite-Mobs. Und jetzt haben wir uns irgendwie völlig verloren. 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 Ja, wir sind halt unten. Achso, ihr müsst hoch. Also einen von euch kann ich hochziehen. Wenn ich so weit komme. Ich dachte, die waren kurz vor der Höhle. Jetzt sehe ich euch. Seh euch. Ja. Also ihr müsst drum rumlaufen um diesen Berg. Also müssen wir doch zu dir hoch. Ihr müsst zu mir, ja. Weil wir müssen auf die andere Seite. Der ist hier oben. Der, der, der Quest-Mord. Oh, Mann, ey. Boah, jetzt schmeißt der mich noch runter fast. Boah, wo bist du denn da bist du? Naja, ich habe den, den der gerade schon mal gelegt hat. Den hatte ich wieder an, an Hals. Naja, den hätten wir ja sowieso nochmal legen müssen für euch. Aber ihr seid jetzt gar nicht da. Ja, die kommen gerade hoch. Dann lasst man mal langsam sterben. Ja, dann mache ich erst mal den anderen. Ja, dann machen wir ja sowieso. Ja, dann machen wir ja sowieso. ist mir nach warte da gibt es noch mehr ach so immer noch einer aber bonus ziel haben das fertig hier auch ja das sind 60 prozent erst mal drüben den waren okay halt weg jetzt lasst sie nicht über diese brücke oder ich ziehe euch das feld über die ohren wir sind die flug totems lasst nicht zu dass die immer muss der heiler brüllen mal zu ausnahmslos ausnahmslos das jetzt glaube ich mal wahrscheinlich ist das irgendwas hat das was mit irgendeinem schmuckstück zu tun was ich jetzt gerade was sie auch so kleine hände oder was ja was hast du denn von dem boss bekommen dass du irgendwas bekommen von dem oder ja das waren aber auch glaube ich handgelenke ja handgelenke da ist nix drauf auch kein sonnig wird die dunkelsteine nicht länger stören lasst uns aufbrechen ins heimatland meines volkes so was haben wir denn verringert die abklingzeit oh das ist natürlich nett oder der loot ja doch der hat auch erhöht den schaden ich nehm das da gott sei dank ist der jetzt weg hey aufgewertet ihr müsst jetzt hier noch so ein paar typisch kind fürs bonus ziel oder ne fertig okay da können wir ja quasi zurück dödeln so der hat noch eine quest ja dass du halt zurück gehst ne einen schritt in die dunkelheit war das oder ja da können wir glaube ich abkürzen dahinter in die höhle wieder glaub ich jedenfalls oder war das die höhle? ne ne irgendwas anderes naja egal doch ach doch sieht fast so aus ne das ist aber der antelhöhle ja aber hier sind wir richtig wie es aussieht doch jetzt sind wir fast fertig mit hochberg da kommt doch noch ein ganzer stamm oder? ja ich glaube ja wir kommen in der dunkelsteinkorte siehst du nicht nach viel aus hier aber ist trotzdem unser zuhause hier leben wir in frieden ach jetzt kommt hier die lustige quest mit den den hanteln so das hier was kommt? man muss die hanteln hier tragen mit diesem helden hier unseren dank für die rettung vor den blut totems ja durch die gegend schleißen ok aspekt des geparden geht nicht ja der fracki als frau kann ganz schön was mitnehmen ja 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 ich kann sogar hüpfen mit dem zeug schaut euch das mal an so drei stück sinds trägt noch eine hanteln oder haben alle die quests? habe ich fertig wo seid ihr? rechts runde? jup müssen wir den murlocs töten wo ist eigentlich ralf? über rechts oh man ist schon mal hier der hat gefühlt dich ich brauche ein ziel für jeden zelt müsste ja warte mal ich lass den erstmal frei ach ne jetzt ist er da gucke ja gut dann was war? die kursroute für jeden ich habe keine was für eine kursroute muss noch glaube ich selber auch reden so ja nach oben das ding hab ich vergessen ja ich auch gut dann würde ich sagen machen wir nächste woche weiter bis dahin wiedersehen tschüss tschüss